Der Titel Herz aus Glas, Sie alle wissen, wenn Sie beim letzten Mal dabei gewesen sind, wer es ist und Sie kennen den Titel längst aus vielen anderen Rundfunk-Hitparaden. Viele Kollegen haben den Titel schon lange gespielt, jetzt auf dem 11. Platz in der Verkaufszahlen-Hitparade zum 2. Mal aufgetaucht. Unsere entzückende Kollegin aus Berlin, die kleine Berlinerin, das ist unsere Marianne. Die Rosenberg, Marianne Rosenberg um 11. Herz aus Glas, lass mich zu, dass ich jetzt was Dummes tu. Wärst du doch nur aufs Stahl, vieles würde anders sein. Herz aus Glas, vielleicht es bricht, gerade das, das wir tun. Ich will ihm zeigen, es geht auch ohne ihr, sonst war doch alles ohne Sinn. Irgendwann hat man Illusionen und man hält sie fest, wie ein Spielzeug, das man sich nicht nehmen lässt. Doch darüber bin ich nun hinaus und aus, ist Lebensschluss vorbei. Erst aus Glas, was auch geschieht, lass nicht zu, dass er es sieht. Wie's mit uns war, es ist vorbei. Jeder von uns ist wieder frei. Er und ich, wir beide hatten lange eine schöne Zeit. Nun aber eben ist es doch so weit, dass jeder seine eigenen Wege geht. Ja und aus, ist Schluss, vergessen und vorbei. Bei uns ist wieder frei. Zischen Hier ist ru simply zu. Arschläutzer, lass mich zu, dass ich jetzt was Dummes tu. Wärst du doch nur steil, vieles würde anders sein. Irgendwann hat man Illusionen und man hält sie fest. Wie ein Spielzeug, das man sich nicht nehmen lässt. Doch darüber bin ich nun hinaus und aus ist die Fluss vorbei. Das war Herz aus Glas, Marianne Rosenberg auf dem 11. Platz und das zum nächsten Mal.